Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, meldet euch beim FX, anzunehmen bei Dali Nava in Oribos auf der Ebene Ring der Schicksale an dieser Position. Was die Vorquest ist bzw. wie ihr zu dieser Quest kommt, könnt ihr in der Beschreibung nachschauen, da habe ich euch ein Video verlinkt, das nennt sich wie kommt man zu seinem ersten Pakt oder so. Diese Quest hier ist nicht unbedingt nötig, um in der Pakt Kampagne weiter zu machen, denn Mavix hat schon an sich die Folge Quest. Ich nehme sie dennoch auf, gehört irgendwie dazu. In der Beschreibung findet ihr außerdem noch weitere Links zu kompletten Questweilen aus Shadowlands. So, Quest ist abzugeben bei Secutor Mavix in Oribos auf der Ebene Ring der Schicksale an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Erfolg. It's okay. Ende. Jetzt Bye. Bye. By